Mein Name ist Marcel Hennerion. Ich bin Badmeister im Sole Uno hier in Rheinfelden. Jetzt sind wir gerade an meinem Lieblingsort in diesem Bad, am Intensivsohlenbecken. Das Intensivsohlenbecken ist unser Ruheraum. An der Stelle auf dem Lichtstuhl schwebt ihr bei uns auf dem Wasser. Wie der Name Intensivsohlen schon sagt, ist das Wasser auf 12% Salz angereichert und hat 36 Grad Temperatur. Tauchen Sie jetzt mit mir ab, legen Sie sich flach aufs Wasser, entspannen Sie Ihren Nacken und lassen die Beine und die Seele hängen. Gönnen Sie sich ein bisschen mehr Gemütlichkeit und finden Sie die innere Ruhe dabei. Sie verlieren sonst die ganze Heiterkeit, wenn Sie nicht anfangen, einfach gemütlicher zu sein. Sie werden gesehen. Sie verlassen unser Bad wie neu geboren.